Dresden ist immer eine Reise wert. Das wissen nicht nur die Bewohner der Landeshauptstadt, sondern auch deren Familien oder Bekannte aus ganz Deutschland. Eine gute, preiswerte und vor allem zentral gelegene Möglichkeit für die Übernachtung der Gäste ist das Etapphotel an der Wilstrufer Straße in Dresden. Der Gast wird nett und kompetent an der Rezeption in Empfang genommen. Mehr als 200 Zimmer hat das Hotel zu bieten und das mit umfangreicher Ausstattung. Die Zimmer sind ausgestattet mit einem französischen Doppelbett, mit Dusche, WC. Wir haben kostenfreies WLAN im Zimmer für junge Familien, also für Kinder unter 12 Jahren. Die können im Zimmer der Eltern mit übernachten, haben ein französisches Doppelbett und quer darüber ist ein Etagenhochbett, was die Kinder sehr gerne annehmen. Und ja, da kann eine Familie schon ab 49 Euro für drei Personen bei uns übernachten. Die Zimmer bieten genügend Platz und den Kleinsten wird es garantiert Spaß machen, im Hochbett zu schlafen. Neben dem erwähnten WLAN in den Zimmern und im Bereich der Rezeption verfügen sie über einen Flachbildfernseher und natürlich auch eine entsprechend große Dusche. Wer sich für das Besichtigen der zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Dresden mit einem reichhaltigen Frühstück stärken will, der kann das ebenfalls im Etapphotel Dresden City tun. So kann man ganz entspannt und vor allem gestärkt in den Tag starten. So unter anderem auch in der Weihnachtszeit in Dresden. Wer für seine Verwandten ein Zimmer im Etapphotel Dresden City reservieren möchte, sollte sich dennoch beeilen. Da kann ich Ihnen nur dringend raten, schnell bei uns anzurufen. Die Wochenenden sind schon sehr gut gebucht. Auch unter der Woche gehen wir davon aus, dass wir ausgebucht sein werden. Das Etapphotel an der Wilsthofer Straße bietet dem Gast durch die mehr als zentrale Lage vor allem kurze Wege. Somit wird der Besuch der Innenstadt und der Sehenswürdigkeiten hier zu einem entspannten Erlebnis für alle.